Wirklich gut gemacht. Die alte Echse wollte die Halle der Seelen nicht für mich öffnen. Aber es scheint so, als würde ich sie endlich finden. Deine Mühen sind vergeben, Drache. Krieg kann nicht verhindert werden, nur verzögert. Sieh endlich ein, dass du nichts erreichen kannst. Das Publikum wartet und das Spiel wird bald beginnen. Aber als erstes werde ich den Bauern vom Brett entfernen, der meinen Angriff blockiert. Lebe wohl. Es war mir eine Ehre.